Alle zusammen, alle zusammen! Wir haben hier oben das Welpenzimmer gesehen. Dort kommen unsere Welpen auf die Welt. Eine Geburt geht zwischen 1 bis 4 bis 5 Stunden. Bis zur dritten Woche sind sie immer in diesem Zimmer. Und die Mami geht fast nie weg. Von dort weg gehen wir auf den Balkon mit ihnen, damit sie ihre Spielzeuge kennenlernen. Und ab der vierten Woche sind wir täglich im Garten unten. Auch im Winter oder auch im schlechten Wetter. Aber einfach der ganz kurze Pause. Komm! 2, noch 1 da! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle! 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 Alles! Alles! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020